ich hab noch weile net ich hab noch feine Tach Leute, ich bin wieder KukiTV und ich melde mich mal zurück mit einer Runde Survival Games. Ja, ich werde vielleicht mehr bringen, falls ich nicht so nur die Runden bringe und ich vergesse immer wieder meine andere Maus anzuschließen. Ja, toll. Ich habe nämlich so eine Maus mit Kabel und die hängt da hinten so am Tisch ran, dass ich die meistens gar nicht zurückziehen kann oder so. Aber gut, wird schon gehen. Ähm Welche Map ist das? Ich kenne die. Ich kenne die doch irgendwoher. Ähm, unknown Map. Cool. Kann ich nicht. Ist wahrscheinlich immer so random, diese unknown maps. Oh, das geht doch. 40 Sekunden und ich muss scannen. Und da 30 Sekunden until the game starts. 23, 22, 21, 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, Cock, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Furz! Was? Yay. Angel. Damit verprügel ich alle. Ich ne! Und.. uyor, fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk-fuk. mir Bogen und vier Pfeile Geilo Alter das sind alle ey das sind alle andere Richtung besser ich brauch noch mehr Pfeile da sind noch Kisten Perfekt jetzt noch mehr Pfeile bitte oder ein Schwert oder so Geht auch mit essen so da weiß ich dass Kisten sind da ist einer so schneller 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 ich hab mal gehört hier soll random System mit Kisten sein ich hab's nur gehört ich weiß es nicht hier ist eine Kiste erscheint aber nicht so ähm muss ich da runterspringen oh egal sind nur ein Anteil Perzen und zack jump one skills oh random System wirklich hey da war nämlich mal ne Kiste drauf als ich die Map letztes Mal gespielt hab wo einfach die nächste Kiste muss kommen sonst haben wir nicht lange zu überleben da ist eine das ist ein Schiff, ja. Da kommt man hoch, also muss da wohl eine Kiste irgendwo sein. Ich brauche einen Stick und zwei Eisen. Oh, da ist eine Kiste. Also, ein Stick und noch ein Eisen. Ich brauche einen Stick und noch einen Eisen. Yay! Und noch Erfahrungsflächen. Ich brauche einen Kiste zu spüren. Ähm! Nicht sehr viel, aber etwas. Moment, das macht vier und das macht drei. Okay, Goldschätzt ist besser. Auf geht's! So. Wo ist es denn? Hier muss doch auch irgendwo eine Kiste sein. Dann stelle ich auch wieder so wenige hier. Okay. Ich nehme alles zurück. Okay, Stöcke habe ich schon mal, also Sticks. Mehr Pfeile und ein Holzschwert. Perfekt. Es wird hier immer besser jetzt. Nur noch eine Workbench. Die dürfte da oben sein. Wenn ich mich nicht verguckt habe. Erstmal an die Kiste da. noch ein Holzschwert. Das hatte ich schon alles. Schade, schade, schade. Dann wieder hier runter. Was esse. Und Faktor um ist ja wirklich einer. Der wird aber keinen Bogen mit Pfeilen haben. Aber mit einer Angel kommt er eh nicht bis hier rüber. Oh fuck! Stirbt! Jetzt gehen die um die Planke rum. Alter! Alter! Oh fuck! Ich habe noch Pfeile. Faktor um die Pfeile. Nett. Ich habe noch Pfeile. Die regenerieren da doch jetzt nur. Jetzt sollen sie hochkommen. Einen werde ich killen. Loll! Wie? Achso. Ich habe mich da nicht. Ich dachte schon. What the fuck! Nein! Okay, Leute. Das war's. Ein elendischer Tod. Aber wir haben einen gekillt. Okay, Leute. Es war's. Es ist nicht die beste Runde, aber ich werde eine nächste aufnehmen. In der nächsten Folge sehen wir dann eine bessere Runde. Auf jeden Fall. Und ja, dann ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.